Ja, he he. Dominion, dann gratulier ich morgen, eh. Und ich krieg jetzt wirklich 10.000 Euro. Seh schon auf dein Quanto, Dominion. Das ist viel Geld für unsere Firma. Aber ich denke, das wird sich auszahlen. Ganz Deutschland wird morgen über sie reden. Wollen wir dann? Aber sowas von. Mein Problem war, dass ich das Kleingedruckte vom Vertrag nicht gelesen hatte. Was? Ist verpflichtet, das Kostüm zu tragen. 24 Stunden bei Tag und bei Nacht. Ein Leben lang.